kurz vor dem video wollte ich noch anmerken dass ihr am besten ist das ganze wieder anguckt und dann alles ausprobiert da ich erst sind zwischendrin ein paar sachen anmerke heilers kommen zu diesem kleinen video da ich die 100 abonnenten geknackt habe und da ich öfters gefragt wurde wie ich mir überhaupt meine ränder mache wollte ich heute ein kleines tutorial machen als erstes vor allem stelle braucht ihr den leck x rig einen lightroom und blender diese drei sachen werde ich in der beschreibung verlinken und natürlich braucht ihr noch euren minecraft skin als erstes geht ihr in diese leck x punkt zip datei rein so dann könnt ihr hier reingehen und dann könnt ihr diese pi datei tierisch könnt ihr alles erst mal auf desktop ziehen dann gehen wir jetzt erst mal hier in blender ein dann gehen wir auf bearbeiten es kann sein weil ihr auf englisch gestellt habt ich habe nämlich der blend auf deutsch müsst ihr einfach hier auf edit gehen und dann könnt ihr hier auf preferences er dann geht auf install geht auf den desktop sucht diese leck x punkt pi datei raus install er dann dann müsste ich hier einen haken hinsetzen und dann save dann können wir wieder blender schließen als nächstes können wir jetzt hier diese leck x datei öffnen und dann sehen wir hier schon wenn wir hier drauf gehen dann können wir hier mit dem pfeil raus und hier mit dem pfeil raus und dann haben wir unser ganzes bearbeitungszeug was wir brauchen hier das ist er könnte bei gegengestand werkzeug und so weiter hier ist dann dieses leck x addon da drückt die drauf dann können wir hier unseren skin auswählen was wir jetzt machen müssen wir müssen ins internet gehen gehen auf skindex aufs dann gehen wir auf skindex und dann müssen wir akzeptieren gehen auf edit das kosten wir erst mal dann geht ihr auf upload vom computer dort sucht ihr dann euren skin raus öffnet ihn und wählt dann hier classic aus weil die meisten blender ricks oder sind wir für die ricks also jetzt geht hier um blender können nur classic arms annehmen was wir jetzt machen müssen wir brauchen die beine nicht wir brauchen die den oberkörper nicht aber den kopf und die arme brauchen wir auf jeden fall zuerst mal machen wir den kopf dazu haben wir sowas aus wenn unsere gesichtsfarbe aus und mein erst mal kurz darüber jetzt haben wir keine augen mehr wird das ist wichtig weil der rick selber augen hat können wir den kopf auch entfernen falls ein schlimm hat ein schlimm skin habt dann habt ihr diesen fehler sozusagen das können wir jetzt bearbeiten falls ihr ein classic skin habt habt ihr das nicht und ihr könnt jetzt diesen teil erst mal überspringen ich werde jetzt hier ganz kurz mal nachmalen so das muss auch weg so dann dann könnt ihr noch die hände ausmalen und dann sind wir hier erst mal fertig als nächstes geht ihr auf download und dann habt ihr diese datei dann habt ihr die datei installiert und je nachdem mit welchem browser arbeitet installiert sie anders aber ich glaube jeder sollte wissen wie man eine datei installiert und sie dann auf den desk zieht so jetzt haben wir hier unsere skin datei die wir brauchen ihr braucht jetzt nur noch den lightroom den rick und die skin datei wir haben ja schon den liquid geöffnet oder ihr habt ihn geschlossen ich weiß ja nicht dann gehen wir wieder hier rein dann können wir erstmal hier oben auf diesen anderen modus den ansicht muss gehen wird dann sehen wir das ganze besser hier können wir nun die skin datei heraussuchen dann müsst ihr eure skin datei raussuchen dann sind wir erstmal soweit hier könnt ihr entweder second layer schon direkt aktivieren oder wenn ihr extrudelt und das second layer dann auch extrudelt ja dann könnt ihr das weglassen aber wir extrudeln mal dass ich gleich heute nicht deshalb machen wir das ganze an als nächstes gehen wir hier auf face dort können wir erstmal ob wir diese augentextur wollen oder nicht ich nehme jetzt mal keine und dann werde ich hier die farbe aus die meine augen haben wollen sollen dann gefällt mir absolutes diese farbe kann ich auf das nächste okn gehen nehmen sie mit der pinpette ilcpit pp pillar pp gap wenn das ganze jetzt hier aus und dann haben wir die auffahrungsgrüne gewünschte als nächstes können wir hier die augenbraun machen ich werde hier immer offen eine etwas dunklere farbe aus zum beispiel diese hier ist etwas dunkler und hier eine etwas hellere farbe und das machen wir dann hier so und so dann haben wir die augen braun als nächstes können wir hier einstellen wie wir halt unser augen haben wollen hier können wir zum beispiel wie groß die inneren pupillen sein soll ich bei meinem skin sind die augen genau so also vier pixel und liegen hier an der stelle das ist je nachdem wie ausgenhalt ist als nächstes können wir hier also entweder so ein highlight aus schwellen und so das ist müsst ihr halt hier unten so einstellen wie es euch am besten gefällt hier können wir entweder zeige ich direkt mal den unterschied ich wollte ganz kurz ist den weg so wenn hier dann könnt ihr auf woher drücken und dann ist es immer fokussiert also immer je nachdem wir es ist halt immer es bleibt immer in dieselbe richtung geguckt und ja je nachdem ob euch ob ihr das mögt könnt ihr das dann nehmen oder nicht wie ich kann zurück gegangen steuerung z dann kommt ihr immer 1 zurück so ich lasse das mal lieber aus wenn mir das jetzt nicht ganz so gut gefällt dann hier können wir entweder diese hände auswählen so hier oder wir können sie ausmachen und können diese finger hier können wir entweder dann so oder wir können sie es ist move müsste immer ausgewählt haben dann sieht es einfach viel besser aus und ihr könnt sie entweder hier together oder nicht machen das ist euch überlassen ich mache das lieber ohne together wird dann kann ich sie ein bisschen besser positionieren und so aber ich mache jetzt erstmal die finger aus und weil dieses iq haus das muss ich jetzt wieder entfernen die ich schon mal bringen ok hier kate könnt ihr entweder kate an machen oder nicht ich lasse es mal aus jetzt kommen wir an sechs tun erstmal gehen wir hier auf den kopf also erstmal wenn wir aus was wir nicht brauchen wir wollen das so das ganze brauchen wir nicht dann können wir das mit entfernen entfernen so den rest hier brauchen wir aber noch und das hier brauchen dann gehen wir hier oben auf der tastatur hier bei der lampad können wir hier drauf drücken drücken tab dann können wir zum beispiel wenn jetzt alles ausgewählt habt dann könnt ihr einfach rechts daneben drücken und dann passt das ganze schon dann drücken mit c wenn erst mal also wie ich das mache ja also ihr könnt dann c drücken könnt ihr das hier aus wenn wenn ihr dann darüber rotieren wollt und dann hier sind könnt ihr einfach die rechte maustaste drücken dann geht hier raus dann könnt ihr mit dem mittleren mausrad rotieren könnt dann hier rüber so können das ganze hier wieder auswählen und ja das macht ihr erstmal mit den mit der ganzen haut also das was ihr halt nachher nicht erst mal extra tun wollt und ja dann könnt ihr wieder hier tab drücken und dann kommt ihr hier raus dann könnt ihr hier auf das werkzeug gehen dann könnt ihr hier auf dieses drei dimension das kann im englischen heißt es eigentlich solidify und was ich noch dazu anmerken wollte falls ihr blender 2.9 benutzt könnte es sein dass ein paar sachen anders sind da muss sein regler sein auch wie dicke und er könnte hier das ganze so je nachdem wie dick gewollt man könnte je nachdem ob wir so ein bisschen eckigeres ein bisschen eckigere kanten wollte könnte das hier aktivieren sieht aber an manchen ecken so ein bisschen merkwürdig aus deshalb lasse ich das ganze jetzt erstmal aus als nächstes könnt ihr hier an diesen arm gehen und ich werde dann wieder diese haut entfernen und dann passt es an dem arm denke ich hierhin wähle wieder das aus was ich nicht haben will so ja als nächstes gehe ich auf den bauch und wähle jetzt erstmal hier mein t-shirt aus und wieder meine haut so hier unten werde ich alles auswählen und und x fläche also immer wenn ihr was entfangen wollt könnt ihr entweder entfangen drücken oder x fläche und ja dann können wir hier unten auf den fuß gehen drücken wir wieder tab und machen jetzt erstmal alles bis auf den schuh weg wir wollen nämlich nur noch den schuh haben hier so das ganze hier entfernt und wir werden auch diese unterseite entfangen will die wollen wir nicht weg tun das sieht nach etwas merkwürdig sonst aus dann gehen wir hier unten markieren wir bloß diese unteren streifen und wenn wir den markiert haben dann drücken wir p und gehen hier aus auf auswahl dann drücken wir wieder tab und gehen hier raus dasselbe machen wir auch mit dem anderen bein was jetzt wie ich diesen fehler gemacht hat dann könnte einfach stunden z drücken könnte diesen fehler beheben und könnte das ganze wieder weg machen so jetzt haben wir erstmal diesen teil hier so gut wie fertig wir werden jetzt noch hier das ganze wieder damit machen und ein bisschen dicker machen aber nur ganz klein bisschen nur ganz klein bisschen dasselbe machen wir dann hier noch so ein ganz klein bisschen ja dann können wir hier wieder dann machen wir genau dasselbe dann sieht es halt ein bisschen mehr wie ein pulli oder ein t shirt oder hemd aus dann hier unten könnte hier bei dem ersten schuh also mit dem oberen schuhteil könnte ein klein bisschen nichts tun hier werde ich dann eigentlich meistens das hier aus weil ich ist da passend finde je nachdem bei manchen sachen das passt aus oder nicht und die dicke müsste dann immer selber anpassen hier dass hier unten wenn wir in kleinen ticken breiter machen und deshalb muss wieder ganz einzeln auswählen wird dann haben wir das ganze etwas breiter so ich werde das ganze jetzt noch mal hier so machen und ja dann haben wir jetzt hier zum beispiel schon die schuhe und das ganze hier kann ich könnte das hier auswählen mit schiff könnt ihr noch den arm auswählen und das alles hier auswählen so und dann könnt ihr steuerung drücken können auf den pfeil gehen und können die nach rechts ziehen dann liegt das ganze perfekt auf und ja jetzt gehen wir an 6 tun vom second layer hier beim kopf erst mal können wir entweder genau wie das andere hier erst mal als nicht auswählen oder wir können drücken und dann ist alles markiert wie ich habe hier sehr wenig bloß man kann ich das mit der mittleren maustaste ganz schön weg machen so dasselbe könnte auch machen falls ihr mal auswählen so was gemacht hat dann könnt ihr auch mit dem mittleren mausrad das ganze weg macht besser gesagt beheben so jetzt haben wir hier alles was wir haben wollen dann können wir wieder so dann haben wir nur noch das hier jetzt können wir das ganze extruden indem wir nicht dasselbe wieder hier mit dem recht machen sondern dann können wir hier das auswählen was wir zum beispiel haben wollen ich wäre jetzt erstmal hier die ganze vordere fläche aus ähm so dann drücke ich shift d dann drücke ich rechte maustaste ohne meine maust zu bewegen gehe auf verschieben ziehe das ganze ein tick nach vorne drücke e drücke die andere maustaste also die linke ziehe das ganze nach hinten wieder an den punkt ähm dann haben wir das ganze extruded aber ich werde hier noch zum beispiel wenn ich hier noch ein bisschen was haben möchte so dann kann ich dasselbe noch mal hier machen so und zack und dann passt das ganze wieder sich da dran und das ganze müsst ihr so lang machen wie und mit dem teil machen wie es euch gefällt so okay sagen wir mal so ich bin jetzt hiermit ganz zufrieden wir wollen dann ist noch das hier da draußen dann wählen wir das hier aus und diesen teil hier dann machen wir dasselbe genau hier so und zack dann haben wir genau dasselbe gemacht ich würde das ganze noch mal hier bisschen nach wem es müsste halt so machen dass es dann nachher passt und gut aussieht ich bin jetzt gemacht das ganze gramm nicht so sauber wie ich sonst mache ähm das hier auch nur ein tutorial ist normalerweise müsst ihr euch ähm dazu schön zeit lassen und ähm ja und überlegen wie geht ihr das jetzt genau schön extruded jetzt habe ich das ganze extruded dann gehe ich wieder hier drückt wieder steuerung gehe an den roten pfeil und ziehe das ganze jetzt schön hier rüber dann haben wir das jetzt wunderschön weil es ein bisschen da drin ist wenn wir das da drunter dann können wir das missbisschen mit skalieren ein bisschen hoch skalieren dann sind wir jetzt eigentlich so gut wie fertig weil wir sind jetzt haben wir extruded wir haben den skin ganz eingestellt jetzt können wir das ganze Datei und dann können wir speichern und dann speichert ihr euch das ganze ab ich nenne es jetzt video 1 2 3 zum beispiel ok dann haben wir das ganze jetzt abgespeichert können wir wieder das schließen so jetzt habe ich hier diese datei so dann gehen wir jetzt in den leitraum rein das leitland gut so jetzt sind wir im leitraum warum wir wir den leitraum nutzen damit das ganze nachher schon rendert und ich habe diesen leitraum ausgewählt und durch an die beschreibung gepackt und so weil ich habe den ganzen schon eingestellt und das passt ganz dann müssen wir jetzt auf der dann gehen wir auf anhängen dann sucht ihr eure Datei aus hier in dem fall das ist meine die die machen wir dann doppelklick dann gehen wir hier auf object drücken da das alles ausgewählt ist und depend so dann sehen wir hier schon das ist alles ausgewählt wir gehen wieder in diesen modus hier gehen hier auf dieses untere quadrat will wenn wir jetzt etwas machen das sieht nachher nicht gut aus wir gehen hier unten drauf gehen von hier objekt hier ist die mieter aus dem schnellen mehr ist aufgefallen dass die handcam darüber war deshalb wollte ich noch ganz kurz sagen ihr müsst einfach nur den rick ausgewählt haben und dann unten links könnt ihr vom objekt muss in den post mit umstellen auf pause mode und dann können wir das ganze trisch wieder posen so es kann sein wenn ihr das ganze so angehängt hat das hier hier rechts und kleinen back habt oder das ist halt Hier rechts noch angezeigt wird Jetzt haben wir theoretisch hier schon alles bereit wir haben die kamera wir haben das licht Und wir haben den rick jetzt können wir uns noch eine pause raussuchen wie je nachdem wie ihr ihn post haben wollt und ich habe deine sache falsch eingestellt und zwar hätte ich hier noch auto enkli angeli ich habe keine ahnung wie man es ausspricht hätte deaktivieren müssen wird dann du das fahrt immer so gerade auf dem boden nehmen und ja Dann könnt ihr euch eine pose raussuchen könnt es hier mit diesen lila dingern Positionieren hier dass der haupt hier mit könnte so ein bisschen das hier bewegen und hier könnt ihr noch den oberkörper Bewegen so einzeln Das ganze mache ich jetzt so ein ganz klein bisschen Bisschen Dann könnt ihr hier durch in den render settings könnt ihr hier einstellen wie gut das ganze aussehen soll ich würde euch empfehlen stellt am besten nicht über 30 30 nur wenn es ein wirklich hoch qualitatives bild sein soll So als standard so 24 25 am besten sieht immer gut aus ihr könnt denn noch Hier könnt ihr noch wo weiß ich zumal hier könnt ihr die das bildformat einstellen hier ist 1029 bis 1080 das passt in den meisten fällen dann gehen wir die kamera passt noch nicht ganz dann gehen wir hier auf diesen rahmen drücken gehen können ein bisschen und zack und dann können wir noch so einen kleinen ticken rotieren je nachdem wie es uns gefällt ein wenn uns das ganze so gefällt dann drücken wir auf 12 Und das war's dann render das ganze und wir sind fertig So sieht jetzt der fertige render aus ich hoffe euch hat das video gefallen lasst gerne einen daumen hoch da und abonniert auch diesen kanal wenn ihr noch mehr sehen wollt wenn ihr eine frage zu dem rick habt stellt sie mir gerne in der beschreibung schreibung tschüss